Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder zurück bei Travelers Rest und machen wieder unser Bettchen. Sammeln mal direkt hier ein paar Sachen ein. So, was haben wir? Wir können jetzt einen Braufass dahin stellen. Braufass. Okay, dann machen wir das doch mal. Zack, dahin damit. So, das braucht auch Brennstoff. Natürlich braucht das Brennstoff. So, dann kommt da Meldes Ale-Würze. Da machen wir das noch mal. Da machen wir das noch mal. So, dann kann das alles ein bisschen laufen. Was ist passiert? Ragaz-Cat, okay. Ja, was nehmen wir denn da? Wer wird das hier? Ach, wer weiß noch, wer das war. So. Oh, was geht's hier? Okay, ähm. Müssen wir jetzt für das Kätzchen irgendwas machen? Dann ist okay. So, wir gucken mal ganz schnell, dass wir hier die Sachen gehackt kriegen. Und die großen Bäume werde ich kriegen. So, hier noch ein bisschen weg. Stein, oh Stein. Sehr schön. Und du bist groß. Du bist groß. Ich glaube, die sind inzwischen auch groß. So, komm. Pep, 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 pep. Der da ist nicht groß. Der ist klein. Und noch mal her können. Der ist noch groß. Sehr schön. Wir haben auch ein bisschen wertvoller Kohle her können. Ich mag das. Das hat so ein Beat. Das hat irgendwie so einen ganz speziellen Beat. So einen Rhythmus. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, Eisen und Kupfererz habe ich inzwischen so viel. Weil es an allem anderen fehlt. Um es einzuschmelzen. Hier ist Feierholz. Vielleicht konnte ich das nicht aushalten, weil das hier ist. Und nicht im anderen Inventar. Weißt du, wenn das hier wäre, hätte ich es auswählen können. Werden wir gleich sehen, wenn wir wieder am Kamin sind. Und noch ein bisschen Kupfer. Der sieht klein aus, der aber groß. Was für ein Leben. Nachsüber sind wir Bergmann und Holzfäller. Abends schenken wir selbst gebrannten Schnaps aus. Ach ja, und kochen tun wir auch noch. Der ist noch groß. Der glaube ich nicht. Sehr gut. Mit dem bin ich mir gerade unsicher. Aber ich würde sagen, dass der nicht groß ist. Und der auch nicht. Gut. Dann haben wir noch das Stückchen hier. Und dann sind wir durch. Mal eine Umdrehung gemacht. Perfekt. Okay. Gut. Ähm. Dann. Müssen wir mal schauen. Was genau sind jetzt unsere Questen? Wir müssen eine kleine Bank herstellen. Die haben wir schon hergestellt. Die müssen wir nur noch rausholen. Milde Gewürze herstellen. Dann stelle ich jetzt erstmal noch nichts her. Das wird ja eh relativ schnell fertig. Ich laufe erstmal hier rüber. Ähm. Ich müsste theoretisch... Das... Was macht der Kohlestapel? Die Brennstoffkosten im Arbeitsbereich... Werden was reduziert oder so? Dann mache ich noch einen. Dann muss ich noch eine Kohlekiste machen, wenn das dadurch reduziert wird. Stell den erstmal auf. Das geht hier nicht. Okay. Ja gut. Da sollte auch Brennstoff großlaufen. Ist ja nicht so Brennstoff. Das ist für hier. So. Wunderbar. Dann... Holen wir uns hier das noch raus. Dann machen wir die Quest fertig. So. Perfekt. Neue Quest verfügbar. Als nächstes sollen wir... ... einen Wandkalender kaufen. Okay. Okay. Schauen wir noch ein bisschen Firewalls her. Ups. Auch ein paar Bretter her. Aber immer gut. Da geht gerade nichts. So. Ich soll einen... ... Wandkalender... ... 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 Ich wette, der ist ganz unten. Aber fast. Wir haben nicht mehr viel gefehlt. dich. Willst du mich flaxen oder was? Boah. Okay. Alles klar. Dann. Ähm. Machen wir hier das mal leer. Und wir fehlen einen Eimer mit Wasser. So. Belohnung. Leere Fässer, Bierhefe und der Fermentierungstank. Würde ich sagen, baume den doch direkt mal auch dahin. Äh. Baumodus verlassen. Jetzt erstmal natürlich wieder Brennstoff rein. Ähm. So. Will das erheben. Mit diesem Bitterhoppen. Sehr schön. Und hier. Ich empfehle mir einmal Wasser. Hab ich denn Eimer generell? Acht. Dann machen wir die mal am Brunnen voll. Und das Rezept auf einen in dem du zum Beispiel Früchte hinzufügst und es benennst. Okay. Was ist das? Ist das eine Mülltonne? Hab ich jetzt alle Folgen? Ne, eine. Okay. Also einfach E-Spammen. So. So. Und so. Dann läuft da wieder alles. Mal O gedrückt, damit der Laden aufgeht. Was ist das? Das ist ein kleiner Tisch. Ich hab noch keine Stühle. Tja. Was machen wir mit dem Kerzenleuchter? Das zählt als... Okay. Das zählt... Der Kerzenleuchter zählt als großes Möbelstück. Dafür muss ich die Kneipe schließen. Okay. Na gut. Dann ist das wohl so. Dann kommt der erst morgen irgendwo hin. Jawohl. Ja. Oh, guck dir das mal an. Ja, der ganze Schmutz schon wieder. Ist alles so schön aufgeräumt. Hast du dich mal umgeguckt? Oh, der da hinten hat sich auch eingesaut. Prophylaktisch gewischt. Man sucht es auch jetzt noch. Na gut, das hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr Getreidebrei machen sollte. Ich kann denn ja erstmal... Da. Hallo. Kann ich da auch den ganzen Stapel reinmachen? Hm. Ah, mit Rechtsklick. Okay. Das mit dem Verfeinern finde ich, äh... Eine ziemlich geile Idee. Muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Kommt der König heute. Es ist so sauber. Nichts fertig. Ja, ja. Bin schon da. Sie war ein hübsches Ding. Das war sie. Mein Schweinchen, Stella. Ah, die Kerzen, die machen auch keinen Tag mehr mit. Da werde ich also noch... Boah, die neue brauchen. Ich habe ja fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, passt schon. Äh, brav noch. Jetzt schnell den Tisch sauber riechen. Oh, sorry. Ich wollte euch keine überziehen. Weil ihr hier so einen Sauerstall macht. Bitte, was? Ist los. Ja, ja. Okay. Okay, schneller. Mann, Mann, Mann. Diese Frechdachse. So, was soll es sein, Herrschaften? Ja, bitteschön. Lasst es euch schmecken. Oh, Mann. Ich bringe es das nächste Mal selber an den Tisch. Hey. Mach dich bloß weg, ey. Ich schlau dich kaputt. So. Bitteschön, die Dame. Wohlbekomms. Sag mal. Was ist denn hier sauber gemacht? Ja, mit einem Mob. Und einem Lappen. So, bitteschön. 16 Uhr. Ja, können wir noch ein bisschen Zeit rumgehen lassen. Ich gucke noch mal kurz hier oben. Da ist immer noch nichts fertig geworden. Ist aber auch nicht so schlimm. Da geht nichts mehr, weil ich schon wieder keine Wassereimer habe. Ja, bin schon da. Bitteschön. Kurz hier wischen. Bitteschön. Bin direkt wieder da, die Herrschaften. Oh, hier sieht es ja noch halbwegs ordentlich aus. Ich bin stolz auf sie alle. So. Dann gehen wir mal kurz hier nach Hüllen. Dann machen wir das doch noch. Komm. Eis drauf. Aber wenigstens Vorräte. Hier, bitteschön. Oh, ich sehe es schon. Diesmal ist es nicht ganz so gut gelaufen. Ich gucke noch mal kurz hier. Wischi, wischi. Kann schon wieder einer nicht gerade ausgehen. Hallo? Nee. Ah, geht doch. So. Ja, ist gut. Hast du gesehen? Ist eh am Wischen. Kann ich dir auch fallen lassen. So. Perfekt. Ja. Komm noch schnell. Muss noch mal nach hinten. Ups. Sorry. Ach. Das braucht aber auch ewig, ne? So. Jetzt mache ich aber nicht noch eins. So. Was brauchen wir nochmal? 80 oder 60? Ich warte, bis ich 80 habe. Den blöden Kalender. Vielleicht sollte ich erstmal ein paar Rohstoffe kaufen, um mehr zu machen. Bevor ich hier hingehe und kaufe mir einen nutzlosen Kalender. Oh, ist er fein gemacht. So, bitteschön. Bitteschön. Jetzt müssen wir gleich bestimmt den Kamin anheizen. So. Bitteschön, bitteschön. So. Was darf es sein? Einen Grog für die Dame, bitteschön. Mal kurz. Es ist fertig. Es ist tatsächlich fertig. Das erste Bier ist fertig. Wir werden eine Schaufel dafür bekommen. Zeit für ein wenig Landwirtschaft. Okay. Ja. Werden wir uns angucken. Ich dachte nur schon mal das nächste. Ist alles okay. Sieht tatsächlich gut aus. Kuh. Hier. Mildes Ale. Sehr nice. Oh, der will sogar eins. Bitteschön. Das wird kalt. Mal Grog für dich. Das Fass ist leer. Ergibt mir wieder. So. Dann schmeißen wir einmal. Ach, da ist noch Zeug dran. Dann hat er die 20 gar nicht komplett aufgebraucht. Das ist ziemlich nice. Mal so sagen, wie es ist. So. Bitteschön. Das hier schmeiß ich da rein. Hab ich sonst noch was, was ich da reinschmeißen muss? Was ist mit dem ganzen Essen? Hier. Da. Das muss noch rein. Wurde schon so viel davon verkauft? Okay. Gut. So. So. Das einmal. Da brauchen wir. Was brauch ich da? Bitterhopfen. Ich hab keinen Bitterhopfen mehr. Okay. Der Bitterhopfen ist mir rausgegangen. Wir haben aber auch die 80. Bin schon da. Die wird auch gewischt. So. Wunderschön. Halt. Ah ja, okay. Mach dich bloß weg. Ein bisschen schneller. So. Da hat schon wieder einer geschlabbert. Der Tisch ist auch versaut. So. Mehr Tische wär gut. Mehr Tische. Das wär nicht schlecht. Sagen wir mal so. Bei der Geschwindigkeit, wie das B hier fertig wird. Wird vielleicht gar nicht so schlecht, so wenig Tische zu haben. Jetzt verdursten die alle. So. So. Ah. so dann können wir dich hier noch wissen und dann können wir mal wieviel haben wir jetzt ich bediene ich noch bitteschön gab es wir machen jetzt lucia feierabend das gewischt den tisch wischen auch noch kurz okay dann gehe ich noch mal ganz kurz raus zehn quadrat terra mit sichel und schaufel fragen wo machen wir den garten hin das ist die frage ich würde hier komplett dahinter machen was das denn hier da noch eins das ist total blöd gemacht das muss ich jetzt so sagen wie es ist aber es geht man kann damit umgehen so jetzt haben wir einen flug bekommen die kupferhacke um genau zu sein so 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 noch sehr gut jetzt haben wir mais samen und wir haben noch irgendwelche zusammen hier da erste okay das war jetzt besser schöner muss ich noch was machen muss ich die gießen brauche ich einen eimer um die zu gießen nein sieht nicht so aus okay eine uhr haben wir ich packe mal hier die deko sachen weg also langsam nimmt das ein bisschen überhand mit meinem inventar könnte hier einmal wasser wieder voll machen dann sammle ich einmal hier das ein und noch ein paar bretter ich habe immer noch genug zeit das heißt wir können hier auf jeden fall noch was machen hier wird auf jeden fall brennstoff gespart mach mal die 100 rein okay das hat jetzt nicht viel gespart das benutzt also zehn prozent jetzt gespart naja besser als nix das ist bei zweimal füllung einer extra das kerzen hat das schon hier soll ich schon ein paar nägel machen okay ja ist okay ich habe es kapiert geben wir den brennstoff perfekt so dann läuft das auch und ganz unten der wandkalender kaufen und jetzt habe ich die belohnung steinwerkstatt bekommen wo kommt die hin okay das ist ein eigenes ding würde ich sagen mache ich das hier hin muss dafür aber alles frei machen ja baumodus verlassen reaper gerade als erhungenschaft bekommen alles wieso nöt aber dann schon langsam tatsächlich nein machen wir das ding erstmal da hin gucken uns das ganz schnell an den baumodus verlassen polierter stein oder steinblock machen die einfach mal dann kann das einfach mal werden und wir stuchzen uns jetzt schnurstracks ins bettchen ja ich weiß das müde aber noch ein bisschen zeit ne ein bisschen zeit haben wir dass wir haben kein okay haben keine zeit dann legen wir uns einfach schlafen und dann muss ich gucken dass ich mir auf jeden Fall nochmal hopfen kaufe mir ein bisschen geld und dann würde ich sagen madet jod schwenkte hot grüß euch jod ich bin fort ja